Wir fahren jetzt gleich los und bringen den Kindern den Sand, damit die Kinderherzen höher schlagen. Wir möchten uns von Joki Lächelnau ganz herzlich bei Charivari natürlich bedanken und beim Schuttkahl, der uns das ermöglicht hat, dass der Sand geliefert wird. Wir hatten einen großartigen Tag heute und wir freuen uns auf die nächsten Monate im Sommer mit ganz viel neuem Sand. Danke Charivari!